Wo ist denn der hin? Der scheiß Scharlatan. Oh Mann. Der hund jetzt wieder auf mich. Ich habe mich keine Gafik gesehen ehrlich gesagt. Wir haben einfach ohne so einen Typen. Eigentlich weiß Teresa nicht, dass es ein Scharlatan ist. Wir haben den einfach random verprügelt. So, Samuel. Wie geht's dir, Teresa? Wie geht's dir so? Gott sei mit dir. Erstmal Smalltalk. Bisher nicht, aber bis zum Abend ist es noch eine Weile. Musst du nicht arbeiten? Ich habe ein wenig frei. Ach ja? Wie das? Hab mich mit der Spitzhacke verletzt. Beim Fischen. Grundgütiger Himmel. Geht es dir gut? Jawohl. Hab nur so getan, als ob. Ich muss mich ausruhen. Also wirklich. Irgendwann verletzt du dich doch? Ich würde dir niemand glauben. Samuel. Du musst mir helfen. Ach, Thea. Ich will doch jetzt fischen. Keine Sorge, du musst dafür nicht weg von hier. Erinnerst du dich noch, als der Stollen überschwemmt wurde, in dem du gearbeitet hast? Ja, der war ganz schön tief. Als wir morgen da runter sind, stand das Wasser kniehoch. Meister Pfeiffer sagte, das passiert immer, wenn der Entwässerungsstollen höher liegt. Wir haben einen Sickerschacht gegraben, aber vergebens. Kannst du mir eine Karte mit dem Weg dorthin zeichnen? Hä? Wozu brauchst du die Karte denn? Wir zeichnen schon endlich die Karte, warum man gibt's da irgendwie... Nein, die Wahrheit sagen wir auf gar keinen Fall. Ach ja, wir sind eine Müllers Tochter. Natürlich. Die Müller sind ja alle Penner. Das stimmt ja. Bleib ich noch eine Weile hier? Danke, du hilfst mir damit sehr. Oder wäre das jetzt eine Schnellreise gewesen? Gut, egal. Apropos Schnellreise. Habe ich hier ein paar Möglichkeiten? Ne. Gut, war dumm. Dann ist ihm jetzt aber so... Gibt's hier was zu klauen? Schnaps wahrscheinlich? Kletter-Schnaps, sehr gut. Apropos, wir können Theresa wirklich mal einen einschenken. Die ist beichert. Hier war doch vorhin vor allem noch irgendwo ein Nest, ne? Da. Und hier auch. Dann wollen wir die auch mal gleich wegschießen. Ich finde das so toll, dass dieses ESC eigentlich ein Tutorial ist. Weil man es ja auch relativ früh im Spiel wieder erreichen kann. Alkohol. Die bescherten Boni ist auch sehr schön. Was steht denn hier drauf eigentlich? Das Bugger. Was auch immer das heißt. So, ich warte darauf, dass ich irgendwann mal auch ein Vogel treffe hier. Ein Nest untersuchen für Spinnennetz. Ja, danke. Hat sich ja quasi gelohnt. So, dann gehen wir hier nochmal die Brücke. Den Westen lang. Da war nämlich auch noch ein Nest. Oder war das nicht sogar das Nest, das wir mit Bianca runtergeschossen haben? Weiß ich schon wieder gar nicht. Wäre jetzt mal schön zu wissen, ob sich diese Nester erholen oder ob die jetzt für immer runtergeschossen sind. Eigentlich müssten die Vögel das ja wieder neu bauen, oder? Wo war denn das? Ah, ein Stück noch hinter der Kreuzung. Links. Ja, hier und wo. Aber es ist nicht mehr da. Gut, dann bleibt das wohl unten liegen, ja? Ja. Sehr gut. Kann natürlich sein, dass ich das nur erst nach mehreren Stunden oder bei Spielneustart regeneriert, nenn ich es mal. Aber das wäre erstmal ein gutes Indiz, dass man dann immer wüsste, ach, hier war ich schon oder hier war ich noch nicht. Aber wir werden mit Heinrich auf jeden Fall uns um alle vorwiegen Nester jetzt kümmern, die wir entdecken. Das steht außer Frage. Was die alle für Sorgen haben und irgendwer hat diesen Dialog schon wieder geschrieben, ne? Es ist wundertoll. Oh mein Gott, sag mal, muss ich jetzt diesen... Ne, ne? Muss ich nicht. Ich muss jetzt mich nicht in diesen Stollen begeben, oder? Also das fällt ja voll auf. Eine Frau in einem Minenstollen. Also noch verdächtiger geht's doch gar nicht. Was? Was ist denn? Du hast das Gesetzmesser... Was? Du hast deinen Hund auf die Leute losgelassen. Oh. Das wird dir noch leid tun. Und dem Hund auch. Aber das war doch ein Scharlatan. Entweder du zahlst Strafe, oder dein Vater wird davon erfahren und toben. Du wirst deiner gerechten Strafe nicht entgehen. Bitte einmal. Kann ich nicht einfach in der Kirche... Oh Gott. Tut mir leid. Ich bete 100 Vaterunser versprochen. Drückst du ein Auge zu? Kann ja jeder sagen. Du kannst dich nicht herauswenden. Selbst Theresa. Oh Mann, ich dachte ich tue was Gutes, indem ich einen Scharlatan verscheuche, ja? Oh nein. Ich kann nicht zahlen. Ach ja? Dann müssen wir das auf andere Weise regeln. Oh Mann, der ist schneller als ich. Scheiße. Nun, da kann man wohl nichts machen. Ich komme mit. Gehen wir. Du beschämst deine Familie. Und dein Vater wird dich maßregeln. Oh nein. Was passiert jetzt? Himmel hilf. Gesetze gibt es nicht ohne Grund. Das sag's gerade du mir, den blöde Sau. Und wenn du sie schon nicht befolgst, dann lass dich wenigstens nicht dabei erwischen. Geh mir aus den Augen. Was hab ich denn da für... Ich hab mir diesen Buff noch nicht angeguckt, seit wir hier... Hier sind die. Schande. Dein schamloses Verhalten hat Schande über deine Familie gebracht und die Leute in der Gegend zerreißen sich das Maul über dich, worunter dein Charisma leidet. Aber ganz schön. Puh. Wieso puh? Dachtest du jetzt nicht kommen in den Knast oder wie? Geld ist vor allem noch da. Schwache Ansage vom Vater, muss ich wirklich mal sagen. Ich hätte mich jetzt aber auch ein bisschen über eine Cutscene gefreut, wo ich einfach von meinem Vater verdroschen werde. Muss ich ehrlich zugeben. Also jetzt nicht, weil ich verkloppt werde, sondern wegen dem Extracontent. Die Wache hat er gesagt, mein Vater würde toben. Wie lange hält denn dieser... Die... Die... Geruch... Ach, der Hund hat auch Werte. Hier. Süßes Hündchen. Was heißt denn das? Die Menschen mögen deinen süßen Hund und finden... Obwohl er einen angefallen hat, ja? Wenn auch dich dadurch sympathischer, du hättest einen Bonus von 1 auf Charisma. Mach schön. Schön. Schön, schön, schön. So. Hast du die... Ich hab die Karte. Ich habe Samuels Karte. Und jetzt? Gut. Nun, als erstes müssen wir in die Mine. Wendel, dieser Narr schiebt Wache. Wir sollten uns aufteilen. Ich lenke ihn ab und du schleißt dich rein. In Ordnung. Bringen wir's hinter uns. Ich glaub, wir haben genug gefragt. Sobald der Kerl weg ist, schleißt du dich hinter den Büschen rein. Und nimm eine Fackel mit. Da drin ist es stockdunkel. Aber pass auf, dass dich niemand sieht. Ist ja gar nicht verdächtig. Nimm eine Fackel, aber pass auf, dass dich niemand sieht. Ja, natürlich. Natürlich. So läuft das. Hm. Timm 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 timm. Hey Wendel, då? Timm 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 timm. Komm mal bitte her! Timm 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 timm. Hey! Nein! Geh weg. Nein. Ich habe das Gefühl, ich werde meinem Hund mal sagen, er soll hier warten. Er könnte lästig sein da drin. Hat super geklappt, Stibor. Och, wirklich. Ich ergebe mich. Was für verhaftet. Du blöde Arsch. Bring sie doch mal ab. Das klingt besser. Das ist ja cool. Ich sage mal, holt sie ihn dann vielleicht auch mal? Wenn niemand aber noch... Der holt ihn ja gar nicht. Gibt es andere Eingänge hier? Ich gucke mal auf die Karte. Ja gut, das würde ich umsonst so groß sein. Da gibt es nämlich auch noch einen theoretisch. Gehen wir da halt hin. Also meine Diebes-Skits in diesem Game sind wirklich unterirdisch. Ein Retterschnaps. Verbände, die dienen nicht umsonst, oder? Aufhebe-Animationen sind auch immer Liebe. So, dann gehen wir hier mal rein. Mit Fackel vielleicht. Wie funktioniert denn das hier? Wir haben nicht wirklich eine Fackel. Äh, eine Karte. Ist hier einfach Ende? Ja, toll. Scheiße. Das wird ja wohl nicht der einzige Eingang sein. Dann kann die Fackel auch erstmal wieder weg. Soll ich Wendel jetzt einfach erschießen? Andere Blüten sehe ich nicht. Mann, wenn ich meine Hunde auf den hätte, so wird doch mein Vater wieder Fuchs-Teufels-Wild. Kann ich mit ihm reden? Scheinbar nicht. Sei doch nicht so schroff, Mensch. Ich bin doch nur ein nettes Mädchen vom Lande. Kann ich die Karte irgendwie öffnen, sag mal? Ich sehe die auf dir. Natürlich, es gibt auch Karten. Hier, das ist der Eingang von Wendel. Der hilft mir aber nicht. Aber crazy Karte. Oh Mann, der sticht mir meinen Hund ab, ne? Geht's dir gut? Ja? Hätte der klappen können. Was schnüffelst du hier so rum? Ich schnüffel hier gar nichts. Eins, Maul. Luschi. Laut Karte gibt es nur diesen Eingang. Ja, naja. Ähm. Guck mal hier. Du hast ja immer noch so Nebengänge. Guck mal. Dann gleich links nach dem Eingang. Und weiter oben auch nochmal. Du hast auf jeden Fall Gänge, die ins nichts führen. Und die auf jeden Fall irgendwie auch noch erreichbar sein müssen. Ich würde ungern den Hund auf ihn hetzen, muss ich mal sagen. Weil der ist dann tot. Alleine so weit weg von zu Hause. Nicht gut. Ja, tut mir leid. Könnte sein, aber es gibt keinen Weg. Wo wer ist der denn? Gott sei mit dir, Theresa. Ich darf nicht mit ihm reden. Geht er noch andere Wege? Offensichtlich nicht. Oh. Ich müsste theoretisch wirklich, wenn er den Posten wieder verlässt, nicht versuchen, ihn runterfallen zu lassen. Aber ich glaube, das hört er dann und dann dreht er sich um. Ist das eine neue Art Spiel? Hat es geklappt? Sehr gut. Sehr, sehr gut. Dann spare ich das mal ab, weil er hat gesagt, ich darf mich nicht erwischen lassen. Dann ist hier drin bestimmt noch mehr los. So, besoffen in einem Stollen. Das ist doch super. Was bringt eigentlich die Heizkette hier? Bringt die irgendwie was? Ne. Also noch keinen Wert zumindest. So, ich sollte jetzt vielleicht auch mal auf die Karte gucken, ne? Inventar. Festgegenstände. So, geradeaus bis zur Leiter. Und dann den ersten Gang rechts. Scheiße. Warum ist denn hier was los? Das ist jetzt der erste Gang links, der ins Nichts führt, ne? Oder der zumindest nicht mehr verzeichnet ist. Ja, ich schleiche mit Fackel, das lohnt sich. Mich erkennt ja keiner. Dieses Getapse erkennt auch keiner. Ich finde das auch so stark an dem Spreen. Du hast wirklich einfach mal Höhlen. Wenn du da keine Fackel anmachst, siehst du einfach nichts. So stark. Gut, dann habe ich wohl keiner noch Wahl, als diesen Weg hier zu verfolgen. Ich sehe da am Ende das Tun etwas Licht. Da rechts stehen sie ja schon. Gut, er ist das Hindernis überwunden. Aber wahrscheinlich ist genau in diesem Bereich die Leiter gewesen, ne? Ah, ne hier. Pilze. Strauchdiebtrank. Oh ja, den werde ich mal benutzen. Der hilft doch bestimmt bei... beim Schleichen, oder? Heimlichkeit. Ja, gut. Einfach mal reingeschüttet, das Ding. Warum darf ich hier eigentlich nicht sein? Als ob ich... ...was klauen würde. Ja. Scheiße. Wo sind wir jetzt hin? Ich muss jetzt mal kurz auf die Karte gucken. So, wir sind die Leiter hoch. Dann ist der Gang rechts. Gut. 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 Er wird doch eine Laterne dabei haben, oder? Da ist der Gang rechts. Lass mich mal kurz hier... Links, rechts ist dann erstmal egal. Demnächst. Ich kann jetzt auch noch so ein Slenderman Jumpscare einbauen hier. Der fehlt mir noch. Ist die Karte einfach Amateur aufgezeichnet, oder? Hier muss doch jetzt irgendwann die Abzeugung links, rechts kommen. Ja. Ich speichere mal wieder, ne? So ein bisschen Alkohol. Wird schon nicht schaden. Drei Retterschnäpse haben wir, glaube ich, dabei. Hier ist eine Leiter nach unten, oder? Ja. Also, wir sind links... Oh Gott, deswegen habe ich mich erschrocken. Ich muss aufpassen. Ja. Und sterbe ich. Obwohl dieser Satz auch einfach meinen Unfall ankündigen könnte. Merkmann muss so ein furchtbarer Job gewesen sein. Schon allein wie in dieser ganzen Dunkelheit. So, ich bin... Ich weiß nicht, ob ich rechts oder links gegangen bin. Äh... Ich glaube, ich bin links abgebogen, ja. Dann... Erster Gang links. Du sagst auch links Old Coins sehr gut. Oho, eiskalt. Aber das muss der Ort sein, den Stebo erwähnt hat. Jetzt muss ich diesen Holzsteg finden. Hier ist ein Holzsteg. Ich würde auch immer... Ich würde auch immer... Ich würde immer in Stollen gehen, die gefüllt mit Wasser sind. Das war ja auch im Gothic 1 schon alles kein Problem. Der Holzsteg. Der Sack muss hier irgendwo sein. Danke, dass du mir mit deinem Kommentar hilfst. Also, er hat doch gesagt, es hat Platsch gemacht. Dann muss er ihn ja genau hier reinfallen lassen haben. Oh, er bleibt doch nicht überall hängen. Ach, hier ist er doch. Und jetzt sind wir noch wieder raus. Kann ich mich nicht einfach von jemandem ausprügeln lassen. Gut, okay. Dann jetzt gleich quasi wieder die Leiter hoch. Die ganzen Leitern sind ein bisschen ätzend. Gebe ich gerne zu. Aber wie willst du diese Höhen sonst überwinden? Ne, ich habe den anderen Weg vorhin genommen, weil ich ja links abgebogen bin. Jetzt bin ich aber gerade... Hier, die Leiter muss ich nehmen. Sonst finde ich mich nicht zurecht. Hier ist wieder einer. Und mit Heinrich sind wir hier irgendwann wieder drin. Ich sehe schon, dass draußen die Wachen warten. Irgendwas Dummes passiert. Ich kann mir nicht vorstellen, dass mich das Spiel einfach so wieder rauslässt. Achso, wir müssen jetzt rechts abbiegen gleich. Das speichere ich auch erstmal wieder ab. Ich habe keinen Bock, das doppelt zu machen. Vor allem eine Wache war auch noch in diesem Stollen. Das ist auch der beschissenste Wachposten, der existiert, glaube ich. Ja, hier muss ich jetzt hin. Wir können dann schon mal wieder in die Schleichhaltung gehen, auch wenn das so gar nichts bringt. Da könnte ich eigentlich mal meine Schlappen hier ausziehen. Dann wären wir ein bisschen leiser. Gut, da habe ich anscheinend sehr dicke Hornhaut. Na, dann kann ich die ranlassen. Ich dachte hier irgendwie, die Absätze machen Krach. Scheinbar nicht. Einfach Hornhaut aus Stahl. Ich sollte die Fackel ausmachen. Ja, kümmern wir nicht mal schön um deine Arbeit. Danke. So, hier müsste jetzt gleich dieser Kistenhaufen kommen. Oder auch nicht. Gott. Ja, nee, nach links muss ich wieder. Bis zu einer Leiter. Boah, das ist wirklich beängstigend hier. Hier ist die Leiter. Ich hoffe, das ist nur eine Standfackel. Nicht, dass da gleich irgendein Elm hinter mir steht und sagt Hallo, Mäuschen. Gut. Und jetzt muss ich einfach nur noch geradeaus. Denn ist die Wache wohl weg gewesen. So sehe ich nichts. Gut, die beiden Kollegen haben mich auch nicht gesehen. Oh, doch haben sie. Schnell, rennen, 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 rennen. Hier ist niemand versprochen. Geradeaus, geradeaus, geradeaus. Ja, ich bin ja auch weg. Der kriegt ja gar nichts mit. Ah, sehr gut. Ich habe das Silber. Und jetzt? Gott sei Dank. Wenn du wüsstest, wie erleichtert ich bin. Ich wusste, du schaffst es. Bring es bitte zu Vater. Da habe ich aber gerade ganz schön angefangen zu transpirieren, Mensch. Die Wache steht mir da verdächtig und platziert. Lass mich mal in Frieden. Das ist auch das erste Game, in dem ich es nicht flimm finde, dass die Wache Äxte tragen. Muss ich mal sagen. Irgendwie erhofft mich das woanders immer aus der Immersion. Wenn in einem Gothic zum Beispiel da irgendjemand mit einer Zweihandachse rumlaufen würde, wäre das schon biert bei der Miliz. Mein Hund hört nicht auf mich, merke ich gerade. Komm her, Köderich. Ja. Du brauchst Futter wahrscheinlich. Was haben wir für dich noch da? Hier. Gute mir mal eine Forelle. Und wir haben ja auch noch einen halben Hund im Inventar. Fällt mir mal ein. So, ihr Mistkröten. Ich habe euren Scheiß. Ich habe das Silber gefunden. Nicht so laut. Oh, gut gemacht. Lass es hier. Ich kümmere mich um den Rest. Hab Dank. Ich würde gern sagen, dass ich mich freue, geholfen zu haben. Aber so ist es nicht, Vater. Die Sache hätte für uns alle böse enden können. Sehr böse. Könnte sie auch immer noch. Du weißt doch, dass ich für euch nur das Beste will, oder? Ja, ist das Beste, wenn du im Knast bist oder gehängt wirst. Das Beste, ja? Wie lange denkst du, wirst du damit noch durchkommen? Glaubst du ernsthaft, das Glück wird dir ewig Holz sein? Wenn sie mich mit dem Silber erwischt hätten, würden wir jetzt alle brennen. Sag doch sowas nicht. Ich bin noch nicht fertig. Hast du an Samuel gedacht? Ganz allein wäre der Arme auf der Welt. Wenn er nicht auch brennen würde, Gott bewahre. Denkst du wirklich, das kam mir nie in den Sinn? Kein Tag vergeht, an dem ich nicht daran denke. Wollt ihr den Rest eures Lebens in einer Mühle schuften, nur um genügend Essen auf dem Tisch zu haben? Eure Mutter hätte das sicher auch nicht gewollt. Vater. Sir. Du... Du hast recht. Verzeih. Wir werden vorsichtiger sein. Damit muss ich mich wohl begnügen. Ja. Was ist mit der Überraschung, die du erlebt hast, dass du... Hier Silber. Nun, ich will dich nicht länger auf die Folter spannen. Und weil du uns mit dem Silber geholfen hast, verdienst du das Geschenk. Also, ich ließ für dich in Ratai ein Kleid schneidern. Ein sehr edles obendrein. Du wirst das hübscheste Mädchen im Dorf sein. Ein neues Kleid? Aber... Ich verstehe nicht. Warum? Tja, weißt du, du bist kein kleines Mädchen mehr, sondern eine reife und kluge junge Frau. Klüger als ich allemal. Du willst bestimmt nicht für immer hier in der Mühle leben. Samuel kann schon auf sich selbst aufpassen und nach allem, was passiert ist, hast du ein besseres Leben als Stibor und ich verdient. Was ist los, Vater? Warum hast du das Kleid gekauft? Du bist nun alt genug, um zu heiraten, Teresa. Und es wird Zeit, dass wir uns darum kümmern. Was redest du da? Ich verstehe nicht. Ich will noch nicht heiraten. Ach, mein kleines Mädchen. Die Ehe ist ein Geschenk Gottes. Ja, aber... Ich habe keinen Verehrer. Doch, das hast du. Und zwar ein Mann von Ehre, glaub mir. Was? Du hast mir einen Mann gesucht? Wer ist das? Keine Sorge, er ist ein ehrbarer Mann. Er steht sogar dem Adel recht nahe. Und er ist reich. Er wird für dich sorgen. Heute Abend findet in der Schenke ein großes Fest statt. Er ratzig willigte ein, ein Schwein zu schlachten und... Wer ist es? Redet ein bisschen, tanzt ein bisschen. Und wer weiß, vielleicht magst du ihn. Sagst du mir jetzt endlich, wer es ist? Bergbaukonstrukteur Tobias. Tobias Pfeffer? Ja, ganz recht. Das ist ja eigentlich nicht unüblich gewesen, ne? Dass da so ein altes Unterschied dabei ist, also... Soll das ein Scherz sein? Ist wohl nicht... Nicht so naheliegend. Nun, also Meister Pfeffer ist nett, Vater. Und gewiss nicht arm, aber er ist nicht gerade jung. Ehrlich gesagt, habe ich noch nie einen Gedanken an ihn verschwendet. Hör zu. Wir können darüber reden. Aber entscheiden werde ich. Du musst an deine Zukunft denken, Theresa. Meister Pfeffer genießt ein hohes Ansehen. Und das gilt dann auch für sein Eheweib und seine Kinder. Kinder? Herrgott nochmal, sei doch nicht so naiv. Du wurdest als Frau geboren. Der Herrgott erschuf dich für das Familienleben. Oder willst du lieber ins Kloster? Geh heute in die Schenke und mach dir mit Meister Pfefers Groschen einen netten Abend. Du wirst eine schöne Zeit haben. Dann zeig mir das Kleid. In der Truhe hier unter dem Fenster. Zieh dich um und geh, wenn du deine Arbeit erledigt hast. Ach, deswegen konnte ich den nicht knacken. Ich verstehe. Meine Arbeit ist voll Mellie-Licht. So, Theresa. Zeit, erwachsen zu werden. Das schöne Kleid anzuziehen und deinen zukünftigen zu treffen. Naja. Habe ich noch irgendwas? Ich gucke nochmal. Ich eilt nicht. Festlock. Nee, mehr ist nicht da. Gut. Dann. Nun, ich komme eh nicht drumherum. Wie sieht die denn aus? Ui. Er steht da. Die Würfeltaktik von Johanka hat scheinbar auch funktioniert, wie ich sehe. Ok, holen Sie. Oke, Alejandra. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Lass mal reden, Köterich. Nee, ist schon schön, dass du gehört hast. So, haben wir noch ein bisschen Gammelhund dabei, oder? Ja, hier, guck mal. Dein Magen verträgt das. So, steht noch was auf dem Plan? Nö. Tee, das hat's gefüttert. Gut, du checkst nicht, dass du gerade eine Artgenossen gefressen hast. Was hast du gestern getrieben? Meister Pfeffer war da. Er hat den ganzen Abend gewartet und du bist nicht gekommen. Das stimmt nicht. Tut mir leid, ich... Als ich Johanka, Matthias, Heinrich und Bianca gesehen habe und dann den wartenden Meister Pfeffer... Du hast das Weite gesucht und ihn im Regen stehen lassen. Es tut mir leid, Vater. Ach, du warst schon immer ein Dickkopf. Wie deine Mutter. Ich kann dir nicht böse sein. Aber eines Tages wirst du heiraten und sei dir versichert, dass ich nicht jeden akzeptieren werde. Ich weiß, Vater. Ich würde eben gerne ein Wörtchen mitreden. Gut, einverstanden. Ich lass dich nicht mehr außen vor. Erwarte aber, dass du dann vernünftig bist. Das Fest geht heute dennoch weiter und Meister Pfeffer wird dort sein. Er bezahlt das schließlich alles. Aber lassen wir das. Es gibt viel zu tun. Kannst du zum Schmied gehen und unsere Nägel abholen? Sie sollten fertig sein. Und der Zaun repariert sich schließlich nicht von selbst. Jawohl, Vater. Ach ja, da war ja was. Ich hole sie. Gehen wir hin. Entspann dich, Köterich. Er soll oft aus Pfützen. Wie gut. Wie crazy. Also ich glaube, die sind nicht dynamisch. Die sind so ein bisschen platziert. Aber der süffelt die halt aus. Ja. Ist das gut gemacht. Das ist unglaublich. Dieses Game ist unglaublich. Wie weit ist der Weg hier eigentlich? Oh ne. Wir sind ja quasi schon wieder am Ortseingang. Ja, ja. Ist klar. Wie lange die Schande hält. Ist ja unglaublich. Hat mal ein Viertel abgelaufen. Die hassen mich alle. Warum hassen die den Hunden nicht? Ja. 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 sehr schön so muss das da gehört sie hin schade dass wir kein am pranger sehen fällt mir mal so ein das sind natürlich jetzt die elemente die fehlen die wir uns gar nicht aktiv sehen werden fürchte ich zumindest ich kenne dass die es ihnen ich weiß nicht was noch passiert aber wenn wir jetzt die nägel abholen das ist eine cutscene die wir kennen kann sich mal so lange dauern dieses schwert ist der hammer es ist wundervoll in der tat das ist es gott segne euch mein vater schickt mich wegen der nägel guten tag theresa sie liegen bereit nicht das kleid was ich anhabe sie liegen in der truhe in der stube wie sieht es mit den nägeln aus hier bitte danke und wie geht's bianca gut warum fragst du noch so werdet ihr heute abend zum reiken gehen wie ich hörte hattest du ärger mit bischek und den deutschen etwas tut mir leid es lief aus dem bruder ich hoffe dieser idiot wie schick hat bekommen was er verdient hat kann ich nicht ausstehen ich dachte da ja auch von der mühle ist falsch gedacht er ist ein schwein ich will dich nicht aufhalten das schwert ist wirklich schön das ist es sagen Untertitelung des ZDF, 2020 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 Gut, okay. Ich hab sie also gut genug abgelenkt als Heinrich. Die Angst, Gänsehaut gerade gekriegt. Unerwarteter Besuch. Ja, wir haben Gäste. Deck doch den Tisch. Achso, ich stech den vielleicht mal ab. Er wollte mein Kleid haben, ich weiß es genau. So, wir brauchen alles. Können wir noch irgendwas hier mitnehmen? Irgendwelche Souvenirs oder so? Gute Rüstung. Die können das alles nicht tragen. Das ist natürlich ärgerlich. Ja gut, Haare stören jetzt im Kampf, deswegen abbinden. Die Nachthemd, äh, mehr, besser für Sichtbarkeit. Gut, das ergibt jetzt natürlich Sinn. Charisma können wir jetzt nicht gebrauchen. Das sollte es öfter geben, als Mechanik. Samuel, hoffentlich geht es ihm gut. Entspann dich. So, ich finde es, Basis zu haben. Ohne Axt und Groschen. Ich bin überladen. Ach du Schander. Ja gut, ich... Die... 30... Gut, die Agilität haben wir nicht. Aber ne Axt können wir nehmen. Gut. Dann soll es die sein. Ich, äh, kann die Ausrüstung hier natürlich mal wegschmeißen. Hier so einen Ring können wir tragen, habe ich gehört. Das muss alles weg. Können wir noch überladen. Dann... ...schmeiße ich den Säbel weg, natürlich. Hat noch nicht gereicht. Ja gut, was finde ich jetzt mit dem Leder, ne? Also Pferde... ...Leder, Schafsleder... ...kleinmal Hundeleder, mal weg damit. Sieht aber gut aus, wie sie rumliegt. Boah. Ja, danke. Mein Problem ist, ich habe kein Pferd. Ähm... Ja, offensichtlich habe ich kein Pferd. So, da hinten läuft einer beruhigt. Da beruhigen sie sich oben, die Rüstung hat man nicht geladen. Was sind überhaupt unsere Ziele? Erkundet in östlichen Stollen, ja natürlich. Erkundet in südlichen Stollen. Ach, weil Samui aus irgendwelchen Gründen da drin sein soll. Verstehe. Wir können mal... Ne, speichern. Weiß ich nicht, ob das jetzt schon nötig ist. Ne, was? Können die Mannen helfen? Scheinbar nicht. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wer hier mit mir redet. So, immer Mann, es ist gleich halb fünf und du musst heute zum Gottesdienst in die Kirche, also feiern und ab ins Bett. Samui, lange nicht gesehen. Freut mich, dass du nochmal reingeschaut hast. Das ist ja fantastisch. Damit seid ihr ein wundervoller guten Morgen gewünscht. Musst du nicht auch ins Bett, sag mal. Ich muss in diesen Stollen da rein, wenn hier schon keiner rumkrepelt. So, hier dürften wir ja quasi Ruhe haben. Ich habe jetzt eine Woche Urlaub. Dann gratuliere dir. Zu diesem Triumph. Also nein. Das war dann wohl wieder der falsche Stollen. Da komme ich nicht durch. Ich muss es woanders probieren. Das hätten wir aber vorher gewusst. Ey. Spitz, hau ab. Ich dachte gerade, hier wäre Blut gewesen. Uiuiui. Tja. Dann. Beweise dich, Hund. Den werden wir abknallen müssen. Direkt getroffen. Sehr gut. Gott, hab Gnade. Da komme ich nicht rein. Hat der Hund den gerade... ...hat den gekillt? Sehr gut. Entspann dich, köterig. Oder doch nicht. Die Leiche ist einfach risippiert. Ich weiß gerade nicht. Egal. So, ein anderer Eingang. Dann hätte es wahrscheinlich doch einen Stollen gegeben, wa? Hinsichtlich. Tja, jetzt finden wir so langsam Skales vor, wie es auch sonst ist. Nur so richtig niedergebrannt ist es noch nicht. Ich hätte allerdings gerne mal die Burg von ihm gesehen, gebe ich zu. Auch das... ...doffen wir im DSC leider nicht erleben. Aber wieso sollte Territor da auch rein? Das ist einfach ein allgegenwärtiges Mysterium für immer und ewig. Auch eigentlich schön gedacht. Weil ich Gott sei Dank so in weiß und etwas schwarz gekleidet bin, bin ich gegen die Textur des Felses nicht so leicht zu sehen. Deswegen hat mich auch noch kein Pfeil getroffen. Allerdings fehlen mir ein bisschen die Schreie und sowieso die Musik. Schon eine Weile aus. Guck mal, da entspannt sich noch einer. Oh. Toll. Wo mache ich denn jetzt? Warum lagern die denn hier überall? So random. Das ist ein Kumano. Ich kriege mich aber auch erledigt. Was mal. In den Schädel rein, Mann. So, da habe ich noch einen Knüppel ausgerüstet. Aua. Ich hatte doch eine Axt, Mensch. Das ist eine Axt, sehr gut. Ich bin zu allem fähig. Mord. Ja, weiß ich nicht, wie ich das finden soll, dass Theresa zu sowas fähig ist. Ich trage den Mann ganz Käse ran mit sich rum. Oh Gott, die haben mich alle gesehen. Äh, schaffe ich das abzuhaben von der? Aber ich hatte mich in Verabschiedung und bin vorhin schon am PC eingepennt. Ich wünsche euch noch einen schönen Stream. Bleib anständig und vielleicht, ja, bis heute Abend zu Gothic. War es noch in Böhm. Ich erlebe, glaube ich, gerade zum ersten Mal, dass du vor 9 Uhr dich verabschiedest. Irgendwo. Und vor allem das erste Mal, dass du dich in meinem Stream verabschiedest. Das ist ja ein Highlight. In dem Sinne. Vielen Dank, dass du wieder mit dabei warst. Ich wünsche einen herholsamen Schlaf. Und vielleicht bis heute Abend. Jawohl. Danke, dass du da warst, Ullkein. Mir meine Freude. So, wenn ich die da jetzt weggelockert habe, muss der Weg am Wasser doch eigentlich frei sein, oder? Aber die watschen da schon wieder zurück. Weile dich mal, weile dich mal, Teresa. Bisschen schade, dass die Klamotten nicht so schnell rennen. Komm, Spitzer, komm, Spitzer, wir schaffen das. Aber die haben schon die Leiche gefunden. Da ist auch kein Weg, der dann vorbei führt, glaube ich, ne? Weile dich nicht so schnell rennen. Oh Gott, der ist schon losgerannt. Oh Gott, der ist schon losgerannt. Kämpfst du immer noch irgendwer? Mach ich ein Kombi nur, weil der Hund die ganze Zeit anfällt, ich verstehe. Das könnte tödlich enden, habe ich das Gefühl. Hör doch mal auf. Spitzer, mach was. Ach, das sind ja gar nicht so viele. Zieh doch mal deine Waffe, Mensch. Waffe ziehen. Ach, kann ich eigentlich auch neu laden, das war's. Also so ein Befehl kann ruhig mal gespeichert bleiben, ne? Also wenn ich getroffen werde und Waffe ziehen drücke, dann zieh die Waffe halt danach.